Drei, zwei, eins, los! Pop, 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 pop! Ja, bleib dran! Du musst es unter die besten Zehen schaffen, dann kommst du im Herbst in den Kader. Olympiasiegerin, WM-Titel, kannst du alles schaffen. Wechsel! Ich kann noch! Du bist einfach noch zu jung. Wir hätten dich nicht so früh aufnehmen dürfen. Wir machen jetzt erst mal richtig Ferien. Es wird dir sicher gefallen. Grüß dich. Hallo. Ey, pass doch auf! Das ist ein Carbonrahm. Carbonrahm? Du darfst noch nicht fahren! Ich muss trainieren! Du musst gar nicht. Es geht um deine Gesundheit. Grüß dich. Ich bin die Vicky. Madison. Magst du mir den Bikepark? Okay. Ja, doch nicht mit dem da. Du musst laufen lassen und da einfach vertrauen. Na, Pia! Wie? Es geht doch! Hey! Du warst einfach nur zu sauber. Hast du eigentlich einen Freund daheim? Nee, hab ich nicht. Du siehst du mal schnellstens ändern. Ich suche übrigens eine Partnerin für die Radelschnittsäcke. Ich fahr mit ihr. Bleibs lieber daheim, sonst tut's euch noch weh. Ja, genau. Du weißt, wenn du dich verletzt, dann wackeln es umsonst. Willst du dann zurück ins Camp? Oder machst du es nur Papa zuliebe? Go! Ihr habt doch gegen die Erwachsenen überhaupt keine Chance. Es geht darum, dass man seine Freundin nicht im Stich lässt. Erzählen wir uns. Erzählen wir uns. Erzählen wir uns. Ja!